Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei The Green Hell Ja, mit dem Speicherstand, über den ich habe abstimmen lassen Und wie ihr seht, habe ich ihn geladen Es war eine knappe Entscheidung, die dazu geführt hat, dass wir ihn jetzt doch wieder spielen 57% wollten es Und ich habe mir gedacht quasi, um denjenigen entgegen zu kommen, die dagegen waren Machen wir im Grunde... ne, regelfest Regel Nummer 1, oder genau, gibt es eigentlich zwei Regeln Regel Nummer 1, das eigentliche Survivalen, also das Gucken quasi, wie lange kann Merb eigentlich überleben Gilt mit diesem Charakter jetzt erstmal als beendet Mal, wo fällt denn dieser Scheiß hin, das ist ja unglaublich Regel Nummer 2 Das sieht man ja gar nicht, nee, dann behalte ich das hier Regel Nummer 2, wir werden uns auf Forschung konzentrieren Wir werden versuchen, mehr herauszufinden, was man alles craften kann Das bedeutet für mich, dass jetzt für mich kein persönlicher weiterer Rekordwert offiziell gültig ist, als der Tag an dem ich gestorben bin Ich glaube, das war der 20. oder 21. Tag Wir haben ja leider, glaube ich, ein oder zwei Tage durch Mangel der Speicherung verloren Und das zweite bedeutet, dass wir uns darauf konzentrieren, hier das Handwerk nach oben zu bringen Das ist das, was ich mit euch machen möchte, das ist sozusagen jetzt die Hauptaufgabe Und in dem Sinne brauchen wir, ich habe schon mal kurz nachgeschaut, ich glaube, wir brauchen eine Axt Ja, wir haben keine mehr Ich möchte nämlich diese Eingeborenen angreifen Und dafür möchte ich dann doch gerne so eine richtige Kriegsachse jetzt haben Und wir müssen halt echt schauen, dass wir uns von denen jetzt hier nicht lumpen lassen Es muss irgendwie möglich sein Zwingen So, wir sammeln Brauchen wir halt einfach mehrere Steine Jetzt haben wir fünf Steine Wir brauchen mindestens sechs Um das zu tun, was ich tun will So, sammeln Und ich glaube, ich brauche auch nochmal ein Holz Ja, ich habe kein Holz Um einen entsprechenden Griff für diese Axt zu haben Wir machen jetzt einmal hier diese dreiseitige Axt Diese Klingen-Axt Ich habe gehört, die wäre die beste, wenn es darum geht Oh, warte mal Was ist das? Ja, das ist gut Energie Energie brauchen Energie bedeutet in der Situation Dass wir mehr Ausdauer haben Wenn wir die angreifen Oh, zack Wo haben wir ein Stück Da haben wir ein Stück Äh, ja gut Erstmal muss ich was anderes herstellen Ich muss Die Klingen erstmal herstellen Davon brauche ich eine ganze Menge Nämlich drei Stück Schon die zweite Die wird halt zum Boden fallen Naja, kein Platz im Rucksack Weiß ich Und dann kommt jetzt hier die letzte So, hoch mit dir Hoch mit dir Und die letzte Das komische ist, dass man dafür tatsächlich Keine Seile braucht Die werden einfach da reingeklemmt Ich weiß nicht warum Es ist halt so Aber das soll ja angeblich die beste Kriegsachs, sag ich jetzt mal sein Die man herstellen kann Und Moment Wir speichern jetzt auf jeden Fall schon mal Falls wir jetzt hier nochmal scheitern Dass wir da nicht nochmal alles machen müssen Ab jetzt ist das Sterben egal Geht es nur noch darum hier quasi Wissen zu erlangen So, wir speichern Hier drüber Zack Und dann wollen wir doch mal sehen Ob wir das nicht gewuppt bekommen Eine andere Sache, die ich auch noch machen möchte Die machen wir allerdings später Ich möchte irgendwie hier Ein Also so eine Schlingenfalle hin machen Weil die da oben haben wir jetzt nach diesem Speichelstand noch nie gebaut Ich möchte gucken Ob ich wirklich direkt im Grunde Neben meinem Lager Und irgendwann mal vielleicht später auch Mitten In meinem Lager Eine solche Falle aufbauen kann Und ob dann wirklich Irgendwelche Tiere drin spawnen Wäre natürlich suboptimal Und sollten die Entwickler natürlich unter Umständen Eventuell überdenken Eine dritte Sache muss ich noch ansprechen Aus zeit- und gesundheitlichen Gründen Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen Ich liege gerade eben eigentlich In Anführungszeichen verletzt da nieder Habe mir tatsächlich einen Muskelfaserriss zugezogen Und komme derzeit einfach nicht so sehr zum Aufnehmen Weil es einfach unangenehm ist Zu lange einfach auf dem Schreibtischstuhl zu sitzen Weswegen ich Das erste wahrscheinlich Green Hell Nur noch alle zwei Tage bringen werde Ich hoffe das ist für euch völlig in Ordnung Es wird nicht aufhören Weil mich interessiert Spielen natürlich immer noch Aber es wird wahrscheinlich zweitägig ab jetzt erstmal kommen Ich hoffe ihr könnt damit leben Es geht einfach derzeit nicht anders Bis sich die Situation Ein bisschen wieder beruhigt So Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal hier Ach guck mal wer da ist Nicht dass ich jetzt hier auf der Flucht Nicht reinlaufe Volle ist lange So Da oben sind sie Ich bin mir nicht sicher Wie ich es am besten machen soll Kann man da nicht ranschleichen Und das einfach so lernen Ohne sich zu bekämpfen Kann man nicht Er hat mir eine reingehauen Okay der ist tot Wenn wir erstmal weg Wow 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 Keine Ausdauer Sag mal wo ist meine Waffe Wo ist meine Waffe schon wieder Ich hasse das Okay Wir haben genau dieselbe Situation gehabt Wie beim letzten Mal Ich hatte keine Waffe mehr in der Hand Warum hatte ich keine Waffe mehr in der Hand War meine Hand eventuell so schwer verletzt Wir probieren es nochmal Also wir haben es gerade eben gelernt Man kann da nicht einfach reinschleichen Die bemerken das auf jeden Fall Ähm Fand ich gerade eben kurios Wir probieren es einfach nochmal Pailen uns jetzt hier quasi So ein bisschen da hinein Beziehungsweise Ich möchte mal was anderes ausprobieren Lasst uns mal ausprobieren Ob die irgendwann mal Die Verfolgung aufgeben Dass sie zu töten Das wäre doch auch mal interessant Ob die irgendwann mal aufhören Einem hinterher zu rennen Das wäre eigentlich jetzt mal Der nächste Test Es gibt so viele Dinge Die wir noch nie getestet haben Also Ich gehe da jetzt hin Lerne den Scheiß Und renne weg Schaue ob sie irgendwann Die Nase voll haben Also wahrscheinlich nicht Natürlich darauf ein Dass wir nochmal drauf gehen Ich bin bloß Ein bisschen verwundert Halt einfach Auf der Tatsache Dass Gerade eben meine Waffe nicht hatte Und obwohl ich wieder Ausdauer hatte Ich konnte sie nicht mehr zücken Ich frage mich halt echt Ob die Verletzung an meinem Arm So schwer war Dass ich die Waffe nicht mehr ziehen kann Aber das ist ja eigentlich Ein Todesurteil Wisst ihr Ich musste ja eigentlich Den Charakter jetzt nicht mehr irgendwie Im Leben lassen Nach so einem Treffer Ja hi Und wieder runter Wir rennen jetzt hier zickzack zurück Ausdauer haben wir genug So lange wir nicht schlagen Sind wir schnell genug Dann nochmal drüber Okay die rennen da drüben Jetzt gerade eben Haben die Haben die jetzt uns hier verloren Ne haben sie nicht Wir haben aber wieder Ausdauer Die sind jetzt da drüben Ich gucke jetzt halt mal Ob die einfach irgendwann mal Das Interesse verlieren Ne Muss doch auch irgendwie Eine Möglichkeit geben Denen zu entkommen So Jetzt sind wir jetzt mal wieder zu Hause Mich sicher fühle Die da irgendwo noch draußen Weiß es nicht Hallo Seid ihr bösen Männer noch da Weichern mal Unter einem anderen Speicherstand Schauen wir mal den da Jetzt können wir mutig rausgehen Haha Ich habe eine Lebensversicherung abgeschlossen Ich möchte gucken Ob die noch da sind Ich bin halt schon fünf gegen einen Und der eine hat mich halt Komischerweise trotzdem getroffen Was lockt man eigentlich Ach ne das ist Ja geil Ich werfe halt die Axt weg Ich habe das Gefühl Die haben wirklich aufgegeben Ja da hinten laufen sie Seht ihr das Da laufen sie Tick, trick und track Ließen wir uns mal Diese Karavane Also man sieht sie verlieren Das Interesse Irgendwann Aber schon weit da vorne Kann ich das jetzt wieder hoch schaffen Okay Also die verlieren wirklich komplett das Interesse Dann Ja dann tschüss Oh Ähm Pfeil Schön Dankeschön Für die Spende Also man merkt sie haben sich gefreut Dass wir da waren Sonst hätten sie uns das hier nicht geschenkt Wahrscheinlich sind sie nur deswegen hinterher gelaufen Weil sie mir das Ding persönlich überreichen wollten Na gut Jetzt können wir dann doch Äh äh Einen Waffenschrank bauen Und das bedeutet für uns natürlich Nicht so eine mannigfaltige Auswahl an Waffen Sondern auch eine Möglichkeit Eine unglaublich geile Ausrede Unglaublich viel zu bauen Und wir hoffen Dass dadurch natürlich auch Unser Handwerkswert Nach oben schnellt Aber natürlich heißt es auch für uns Dass wir jetzt eine Falle bauen müssen Und die werden wir auch bauen Was auch interessant wäre Wäre Äh Wenn Wenn sie halt wirklich Spuren lesen würden Ne Das würde ich ja eigentlich von diesen Eingeborenen erwarten Entwickler Denkt euch da doch mal was aus In der Hinsicht Wäre schon cool Wenn die das tun würden So Schlingenfalle Kommt hier hin Wie besprochen Oh jetzt als allererste Alter So Dann Bauen wir Oh Gott Den ganzen Scheiß Habe ich ja auch noch Nicht wieder gebaut Ja Da war ja was Da war ja was Ich erinnere mich Unkel zurück Äh So gut Es gibt ein paar Dinge Die wir bauen müssen Da ist der Waffenhalter Und es gibt Da Die gibt es tatsächlich nur in Holz In der Holzausführung Komm wir mal da hin Ähm Komm ich dann da noch in mein Essen ran An der anderen Seite Dann brauchen wir hier noch zum Trocknen Räuchegestell Räuchegestell Trocknungsgestell Hier hin Und der lange Bambuse hin Äh Ja ich muss mehrere jetzt von denen holen Also wir haben einiges jetzt hier zu machen Wir brauchen Bambus Und zwar nicht zu knapp Ach ja Ich muss noch ein paar Hingern da von diesen kurzen Und mindestens noch zwei von den langen Ach komm Alle mit Und werde dann aus denen dann das entsprechende Zimmern Ja jetzt haben wir hier diesen Bambuskram Wir sammeln Zack Nein Ich will das daran machen Und dann Ich lasse noch sammeln Der kleine Kollege schon wieder Naja Okay Und wieder hin Ja kriege ich Geil Wenn ich jetzt da noch irgendwie rankomme Haben wir das Ding hier fertig Wunderbar Kann ich jetzt hier schon mal Fleisch hinpacken Ne kann ich nicht Nur noch sechs Stunden Essen wir einfach Dann sind wir was Das dann geht hier wieder voll Wir brauchen jetzt sieben lange Stöcke Wir haben ein paar auf Lager Nutzen wir jetzt einfach mal Drei nehmen Drei nehmen Da mehr als drei gehen nicht Jetzt hat es uns ja nur fünf Und dann brauchen wir noch zwei Okay lohnt diese Dinge auch mal vorzubereiten Nehmen Und nehmen Ja Wir haben genau ein Saal zu wenig Verdammt Also wir müssen jetzt sowieso in den Wald Dann können wir bei der Gelegenheit auch noch hier so einen Baum schlagen Wand fasse ich nicht an Unsere Wand ist heilig Da ist doch so einer Boah Also diese Achse ist echt nicht geeignet Um Holz zu fällen Wie man sieht Ein bisschen So eins Und zwei Langer Stock liegt da oben noch einer Mindestens Wo jetzt hier noch Nehmen wir die anderen Stöcke mit Auch noch Ahne Mehrere Lianen brauchen Fällt mir gerade eben auf Das Teil brauche ich auch noch eine Liane Ja mein Gott Und 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 Da ist noch so ein langer Stock Ich dachte es ja nochmal Liane war es aber nicht So zack Ähm Zack Daran Nicht Ja doch doch Jawohl Das ist auch geschafft Äh Kleine Stöcke fehlen Okay Kleine Stöcke fehlen Die liegen allerdings jetzt hier zum Hauf rum So wir nehmen den hier mal auseinander Sammeln Es gibt auch zwei kleine Stöcke Äh Hier dürften doch noch welche rumliegen Da ist noch einer Dann nehmen wir nochmal einen großen mit Noch mal mehrere kleine Wenn wir voll sind dürfte es reichen Ein unbekannter Das ist auch so ein gelber Hier noch irgendwie Holz Da Und da Und da Okay wir sind voll was Holz angeht Also wenn das nicht reicht Dann weiß ich auch nicht Seil Na toll Wieder genau das Was wir nicht haben Hm Irgendwo hier wird es Seile geben Da bin ich mir sehr sicher Der große Baum Der sieht sehr seilig aus Jo Sauber Da kommt Drei Stück durften reichen Hoffentlich Hoppala Und wie gesagt Das ist jetzt der Test Trink dieses Teuchel Mehr essen Nein Ein Seil zu wenig Ich fass es nicht So kann man sich irren Zu meinem persönlichen Verdrüssel Muss ich wieder Nusse Äh Hier komisch Und dieses komische Gebäl Mir ist jetzt gerade eben Kein Reim eingefallen Der irgendwie zur Natur passt Ja Wenn ich denn jetzt schon da bin Dann kann ich auch alle drei gleich mit Aha Nur für den Fall Ne Und dir nochmal ein Fall Dass es 37 von den Teilen braucht Doch Hi Keine Ahnung wo ich es hingejagt habe Da hinten hin Okay Ja Was will ich denn da jetzt als Köder reinlegen Ach komm Wir nehmen mal eine Larve Ganz interessant Ich habe ja mehrere Meinungen von euch bekommen Das ist komplett unterschiedlich Wie diese Dinger hier quasi zu bestücken sind Ein Teil der Leute ist der Meinung Ähm Dass man Egal was rein tut Es geht Einfach immer irgendwas rein Völlig egal was Hängt eher mehr von der Zone ab Ähm Als wirklich von dem Köder Andere beschwören Total noch bestimmte Köder Und andere wiederum sagen Ähm Es ist völlig egal was du rein tust Du kannst auch nichts rein tun Das funktioniert genauso Ich persönlich habe das Gefühl Dass die Letzteren recht haben Aus irgendeinem Grund Weil es sich auch für mich bis jetzt so dargestellt hat Aber Ich lasse mich auch gar nicht Besseren belehren So Kann ich hier auch einen Bogen rein tun Kann ich nicht nach oben Ganz gut Wenn ich nach oben Echt jetzt Ich kann keinen Doch ich kann einen Bogen da hin tun Yeah Ich kann Bögen da rein tun Wie cool ist das denn Ja immerhin Was Kann man da noch rein machen Speer kann man da noch hin machen Äh wat Der Bogen Ehre Nein Wo ist Mein Speer So hier ist ein Speer Kann ich auch Echse da rein tun Kann ich Geil Klingenaxt Und wir machen das jetzt hier mal Wir statten das Ganze jetzt hier entsprechend aus Was Mach denn du da Putzen Okay Hm Äh wat Wir stellen jetzt hier einen Bambusspeer her Kann ich nur mehr machen Ich kann das Bambus noch machen Es gibt Bambusbögen Alles klar Ich weiß zwar nicht Was deren Vorteil ist Aber es gibt Bambusbögen Wie wir gerade eben gesehen haben Okay Geh weg du Viech Du nervst von meiner Ausdürfung Und zwar nicht so knapp Ähm Was können wir denn noch machen Wenn wir stellen jetzt hier nochmal eine Obsidian-Axt her Oh Weil ich hier natürlich ein paar Sachen jetzt hier fällen möchte Mal ein, zwei Speere herstellen Ein Obsidian-Sperr und solche Sachen Was halt alles mal auf Lager hat Äh Herstellen Obsidian-Seil So Gibt es hier nochmal einen langen Stock Ja komm Den nehmen wir gleich mal mit Ja Jetzt wird es leider dunkel Und irgendetwas Äh Ist mit unserer Gesundheit nicht ganz so pralle Wir müssen irgendetwas essen oder trinken Ich muss mir das gleich mal angucken Pack mal da hin Wir müssen erstmal wieder zu Hause Ja Man kann durchaus argumentieren Dass wir ein bisschen dehydriert sind Hab ich eigentlich den Dinger schon gebaut Nicht den schon Ja den Wassersammler haben wir nämlich auch noch nicht Der liegt zu meinem Entsetzen gerade fest Ich hätte gerne einen Wassersammler Besten hier so als Durchgangssperre Braucht man vier lange Stöcke für Euer Nobel Da dazu So Wisst ihr was Dann machen wir nämlich jetzt den Oxidansperre Dahin Oben ist doch auch noch so ein Speer Ne Ich hab ihn schon geholt Nein Habe ich nicht Ich hab immer noch nicht genug getrunken Ja trinken wir mal schnell Das gute destilierte Wasser Echt wäre das sehr sehr schlecht Blätter brauche ich da nicht Dann tut der Speer da auch noch hin Warum ist mir der Obsidansperre da jetzt runtergefallen Ich weiß es nicht So der vierzackige Speer Und dahin Kann ich jetzt noch eins, zwei, drei Äxte mindestens machen Ich glaube das sollte ich auch Ja ich kann auf jeden Fall schon mal eine normale Achse machen Eine Steinklinge Herstellen So Und so Und so Und die Steinaxt jetzt erstmal da rein Also irgendwas ist falsch hier Jedes Mal wenn ich rankomme ich auf versehen Ich fällt hier was runter Also gut wir haben jetzt hier die Axt Wir können auch eine Knochenachse machen Dass wir quasi für jedes Ding so das passende Werkzeug hätten Dann können wir noch den da nehmen Nehmen So haben wir alle von den langen Dingern jetzt hier verbraucht Stock Ja Seil fehlt jetzt natürlich wieder Typisch Seil Fehlt immer Volle Teil Und Seil Äh Da müssen wir halt wieder hoch ne Gibt es eine Seile Nein gibt es nicht Sammeln halt schon mal hier bei der Gelegenheit wenn ich schon so rumlaufe Der könnte noch Seil haben Da waren wir Eine Weile nicht mehr Eins Unbekannter Pils Essen Was ist das war die Art von Pils Den Was haben wir denn jetzt Die Diese ollen Parasiten Sollte habe ich ein Seil in diesem Baum bekommen Weil der einfach an so einer blöden Stelle steht Dass man nicht näher rankommt an die anderen Ich bräuchte ein Seil um an die Seile ranzukommen Welche Ironie Ach guck mal Ein Kaki Habe ich neulich jetzt übrigens tatsächlich gegessen Die schmecken ein bisschen so wie eine Mischung aus Birne und Pfirsich Also der Geschmack eher wie eine Birne Konsistenz wie ein Pfirsich Also ganz interessant Also ich mochte Kakis Wurde ich etwas was man mit essen kann Also zumindest ich Kann das nicht für euch sprechen Aber Ich kam damit klar So Und das So eine beschissene Spinne irgendwo Ich sehe Ich bin mir unter den Kokosnüssen So werde ich fast durchgerannt Boah Das hätte mir noch gefehlt So Boah Boah So Brauchen wir noch Bananenblätter Ich wollte eigentlich eine Knochenachs bauen, ne? Wir brauchen aber Knochen. Die haben wir nicht. Bananenblätter. Wie gesagt, brauchen wir Bananen für. Auch die haben wir hier. So, sammel, 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 sammel. Decks haben. So, die ganze Zeit irgendwelche Brüllaffen gibt es aber noch gar nicht im Spiel. Gespannt, ob es sowas jemals geben wird. Und ob das einen Einfluss haben wird. Also welchen Einfluss sie am Ende aufs Spiel haben werden. Ich meine, es könnte ja durchaus sein, dass sie einen dann irgendwie verraten. Welche Gebrüll. Und das so rumschleicht, ne? So, dass sie selber einem halt auch eventuell die Existenz von Raubtieren verraten. Der Sinn machen würde, weil die Brüllaffen brüllen ja quasi dann... Die wecken ja teilweise den gesamten Wald auf. So, Vorsicht, ein Jaguar, blablabla. So, was mache ich jetzt mit dem Scheiß? Eine Müllhalde. So, ich möchte jetzt das Töpfelchen da drunter stellen. Äh, Moment, falsch. So. Guck mal, wie schnell sie das füllt. Es ist ein Traum. Was auch ein Traum ist, ist, dass ich das Teil hier mal ablegen möchte. Ach komm. Bin mir jetzt schon wieder so blöd rumliegen. Wir brauchen im Grunde nochmal zwei Äxte. Aber diese zwei Äxte, die machen wir beim nächsten Mal, liebe Freunde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und sage an dieser Stelle, macht's gut. Bis dahin, schöne Zeit, ne? Schüssi und Ade. Tschüssi. 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 Vielen Dank.